der countdown läuft die letzten vier wochen training vor dem großen marathon in frankfurt starte jetzt die letzten vier wochen training mit einem guten morgen aufwachprogramm von zweieinhalb kilometern einmal ums hohen gebiet ganz easy ganz locker nur zum wach werden dann gibt es morgen noch mal locker fünf dann das tag schnelle neun und am sonntag die königsdisziplin im training die 35 kilometer die längste strecke und wie es dann in den letzten drei wochen weitergeht habe ich jetzt nicht im kopf und eventuell streue ich zwischen rein noch mal so gute morgen aufwachprogramm wie heute weil es so spaß macht weil der tag so gut beginnt in diesem sinne bis dann abonni